Quentin Tarantino und Robert Rodriguez ließen 2007 mit dem Double Feature von Planet Terror und Death Proof das Grindhouse Kino der 1960er und 70er Jahre wieder aufleben. Beide Filme sind eine Hommage an die B-Movies der damaligen Zeit, liefen bei uns erst getrennt in den Kinos und wurden dann aufgrund der hohen Nachfrage 2008 nochmals im ursprünglichen Double Feature gezeigt. Im Zuge des Double Features wurden auch einige Fake Trailer produziert, von denen bisher zwei sogar eine echte Langspiel-Filmfassung spendiert bekamen. Zum einen hätten wir Hobo with a Shotgun, hier übernahm Rutger Hauer die Hauptrolle, leider ist der Film ungeschnitten in Deutschland, aber beschlagnahmt. Zum anderen gab es dann noch Machete mit Danny Trecho, von dem bisher sogar zwei Teile existieren und wer weiß, vielleicht kommt ja noch Teil 3, Machete in a Space, da gab es ja nochmal einen Fake Trailer dazu. Außerdem hatten wir noch einen Fake Trailer zu Werewolf Woman of the SS von Rob Zombie und auch noch Don't. Der fünfte Fake Trailer kam von Eli Roth und lautete Thanksgiving, ein sehr abgedrehter und brutaler Trailer. Hier spielte Michael Biehn den Sheriff einer Kleinstadt, in der ein Killer, der sich als Pilgervater verkleidet, zu Thanksgiving mehrere Leute tötet. In einer kleinen Nebenrolle sahen wir noch kurz Eli Roth selbst. Dieser kündigte vor ungefähr sieben Monaten an, dass der Fake Trailer auch wirklich verfilmt wird und jetzt, meine lieben Filmfreunde, ist es endlich soweit. Neben dem ersten Kinoplakat, das besagten Killer mit einer blutigen Axt zeigt, gibt es jetzt auch den ersten Teaser-Trailer zu sehen. Am 17. November bringt Sony Pictures den Horrorfilm in die US-Kinos. Anstatt Michael Biehn haben wir nun Patrick Ramsey als Sheriff von Plymouth, Massachusetts, wo der Feiertag seinen Ursprung hat. Als Pilgervater verkleidet, mordet sich ein brutaler Killer auf grausamste Weise durch die Stadt, nachdem es am Black Friday schon zu Unruhen kam. Ein paar Szenen aus dem Fake Trailer kann man hier auch wiedererkennen und wir dürfen gespannt sein, was Eli Roth, der als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur beteiligt war, auf die große Leinwand zaubert. Was haltet ihr von dem Trailer und glaubt ihr, dass die anderen Fake Trailer auch noch verfilmt werden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein und damit bin ich raus, meine lieben Filmfreunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auf bald und Servus.